So meine lieben Freunde, Donnerstag, 4.3.2021. Ich habe eben die Runde des Tages gezogen. Legen wir los. Übrigens, es regnet. Es regnet schon den ganzen Tag in Duisburg. Und es geht mir wunderbar. Meine Allergie hat keinen Effekt aktuell auf mich. Kein Reuspein, kein Husten, kein Niesten, gar nichts. Ich kann frei atmen, wunderbar. Aber ich habe schon eben den Regen, also für den Regen gedankt, in dem ich Runden gesungen habe. Das lade ich dann später auch noch auf. Aber jetzt geht es mal um die Runden des Tages. Legen wir los. Die erste Runde, Naudis, das Bedürfnis. Ich habe mich heute um meine Bedürfnisse kümmern, das werde ich schon. Ich habe noch Pizza von gestern. Noch genug zu trinken. Also alles easy. E-Wars. Die Harmonie zwischen Geist und Körper. Die Harmonie zwischen Mensch und Tier im Prinzip. Also zwischen mir und anderen Menschen. Selbstvertrauen, Selbstvertrauen, Kooperation, das ist E-Wars. Und es ist auch eine Runde der Beschleunigung. Das heißt also, wenn E-Wars in einem Spread auftaucht, ist Beschleunigung in viel. Also Acceleration. Das macht Sinn. Ich fahre in Duisburg bei unserer Zwei-Stelle-Akte. Und da geht es halt schon heftig zur Sache. Also viel Arbeit. Nicht viel körperliche Arbeit, aber halt viel Ausdruck und sowas. Also es ist auf jeden Fall schneller gepacet, als wenn ich sonst Nahverkehr fahre. So, und die nächste Runde. Isa erinnert mich daran, Pausen zu machen. Ja, Pausen, weil sonst arbeite ich zu viel. Zu viel, zu schnell. Das ist nicht gut für mich. Das muss ich noch lernen. Das ist die Lektion von Isa. Langsam machen, es gibt keinen Grund zur Hektik. Die Hektik ist unter dem Kopf. Papier ist geduldig. Dann Gebo. Das ist die Runde des Geschenks. Die Liebe. Selbstliebe. Austausch der Energien. Partnerschaft. Das ist alles Gebo. Mal gucken, ne? Dann. Kenas. Das ist die Runde der Weisheit. Der Erleuchtung. Des Feuers. Also das innere Feuer. Die Motivation. Die innere Stärke. So, all das. So. Dann. Udus. Sehr erfreulich. Na, Stabilität. Körperliche und mentale Stärke. Das ist also Udus. Macht Sinn wegen der Allergie. Das regnet noch. Ich freu mich. So. Und dann habe ich als Abschlusskarte E-Wars bekommen. Unter E-Wars war jeder. Und unter E-Wars und unter jeder war Lagos. So. Was heißt das? E-Wars ist eine persönliche Transition. Ein Übergang. Ein Wandel. Also. Bezüglich was ist der Wandel? Jeder. Das ist die Geduld. Die Ernte. Also ein Wandel. Bezüglich auf Ernte und Geduld. Ja. Vielleicht werde ich geduldiger. Und. Im Falle einer Ernte. Würde sich die Ernte auf Gefühle beziehen. Ja. Das dazu. Und. Damit soll es das für die Runden schon heute gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Fürs im nächsten Video. Habt einen schönen Donnerstag.